Ja, hier ist wieder die Piraten-Kompanie. Mein Name ist Malte Lotz. Wir befinden uns hier auf der Newsweek 2012 an dem Stand der Firma Fahre, einem Schirmhersteller und der Herr Zimmermann wird uns jetzt ein bisschen zeigen, was es für Neuheiten gibt. Ja, schönen guten Tag. Ja, bei uns gibt es zahlreiche Neuheiten, wie jedes Jahr eigentlich. Ganz speziell im Trend liegt unsere Safe-Breller-Reihe. Das ist eine Schirmreihe, die eine Taschenlampe, ich zeige es gerade mal, inkludiert hat. Bei diesem Modell ist also ein Spitzenmodell, ist zusätzlich auch noch ein rotes Blinklicht inkludiert. Heißt, im Falle einer Autopanne kann ich diesen Schirm auch noch aufs Dach legen und werde also so besser gesehen. Typische Highlights dieses Schirmes sind darüber hinaus die reflektierenden Ecken. Hierbei handelt es sich um original 3M Scotchlight-Material. Der Schirm hat zusätzlich eine Windproof-Ausstattung und zählt somit zu unseren absoluten Spezialitäten, sprich die sockelautomatischen Taschenschirme. Ferner hat dieser Schirm auch noch Polyesterbezug mit Teflon-Beschichtung. Ist in vier Farben standardmäßig verfügbar. Heißt Rot, Schwarz, Marine und Grau. Also für die dunkle, kalte Jahreszeit bei Regen immer ein sicherer Geschäft. Genau, auf jeden Fall ein sicherer Begleiter, der einem im Notfall gerne mal behilflich ist, wenn es darum geht, das Türschloss des Autos oder der Haustür zu finden.